ja dann jeder nimmt sich was für das fest nämlich müll ich glaube man kann nur einen man kann nur eine sache einschmeißen eine cola komm ich mache eine super so eine kohle ich mache einen giftpilz rein wahrscheinlich sagt er leider so an das schmeckt scheißlich oder so bestimmt den violettenpilz ich glaube dass ich giftig oder ich weiß ich muss mal gucken wenn du das wäre voll dumm naja nehmen schon was giftiges nehmen sich verpissen ich möchte ich eine müllkram müll durchsuchen auch dreist entschuldigung rollen das ist mein gebiet handflaschen sammeln ja hier ist leer ja ja wie viel ausbeute hast du heute gemacht ich habe einen ahornsamen für mich mit einem kurix alle er geht ganz zum fest okay wir warten die strahlen genau die schleifte genau weggegangen gerade als sie gekommen das ist der senator macht dich zurecht der guberneur ist für seinen jährlichen besuch hier wenn du etwas für die überraschung super hast dann wir für es auf jeden fall in den kessel habe ich nur kopf mit stern karten silberstern aha die darf gibt wieder unser gutes geld hier aus für die wo ist maru mit der muss ich schnacken es gibt es gibt einen shop nein aber hier unten am stick ist abigail raymond die brücke ist auch wieder kaputt die wir gebaut haben ne die ist nur jetzt kaputt weil fest ist beim fest machen sie die wieder kaputt was auch immer leines gerade röstet es riecht furchtbar gut schlürf was macht er denn hier als linus rüstet was ein langsames durchgängiges drehen ist der perfekte schlüssel ja ja perfekte rösten irgendwo wollte er denn gilt für fleisch ja echt mal hatte wahrscheinlich aber von der viehh halterin hatte einfach etwas geklaut hat eine kuh geschnetzelt süße pixel game na evillys im danzen sieht alles cute aus da war eigentlich sieht ja alles cute aus ehrlich gesagt cute world ok außer george der sieht muffig aus stimmt ich hoffe wir wollen die schatten ja wie dieses diese ganzen köstlichkeiten ich bin schon sehr gespannt auf die suppe die sieht auf jeden Fall auch sehr lecker aus so grau so eine graue pamper sieht aus wie pappmaché hey gibt's aufkleber zu kaufen ach ja stimmt dschungelaufkleber was ist das ach möbel einfach das ist ja geil dann kannst du da so ein richtiges pflanzen ja geil dinge aus deiner putz machen das ist ja voll haben sternfrucht das ist nicht startrope das ist einfach nur sternfrucht totesfall so ne dekoration ok ja wolva jo seid alle soweit und starte ich das luau ihr habt ja alle war sein geworfen ne jo ja so da lass wieder dialoge teilen würde ich sagen Ich rede von mir aus wieder Luis. Wie gesagt, wir sind nicht an der Sitzung. Doch, sind wir. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Drückt einfach immer gleichzeitig weiter. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gewerneur seinen Besuch im Tal bereut. Also Gewerneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Wer redet den? Hallo? Wer redet den? Ich habe auf Englisch, aber... Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon das ganze Jahr drauf. Okay. Oh, jetzt wird es schlecht. Einfach Gifpilze, einfach Fliegenpilze gegessen. Punkt, Punkt, Punkt. Oh nein. Oha. Das ist ekelhaft. Ich glaube, mir wird schlecht. Oh man, das Bild sieht doch wirklich schlimm aus. Das sieht echt schlimm aus. Ich muss mich hinlegen. Oh Leute, das war ganz schön associal von euch. Das war echt richtig scheiße, wollen wir den Tag nur starten? Ja. Gut gemacht, Leute. Wer auch immer diese verdorbene Zutat in die Suppe gemischt hat, hat den Gewerneur bewusstlos gemacht. Ich schäme mich. Tja, ist ja nicht mein Problem. Und was hat der Gouverneur jemals für mich getan? Geht nach Hause, das Fest ist vorbei. Oh man. Du bist pisst. Was für eine Katastrophe. Zeit nach Hause zu gehen. Ich hab's immer versucht, irgendwas leckeres reinzutun. Das war witzig, jetzt mal zu sehen, was ist, wenn man da Scheiße reinmacht. Wenn man da rein scheißt. Wenn man mit Nachnamen rein scheißt. Wer hat hier in die Suppe gekackt. Ich spinne das sowieso raus. Was ist das da für eine braune, dicke Bohne, die da rumschwimmt. Ui, der Wollt. Nimmst du ihr da so einen Löffel raus und dann siehst du so, während du es so isst, dass da so eine Scheiße oben schwimmt. Ja, hast du das. Wir checken das mal. Da sind sie ins Restaurant gegangen, haben sie Suppe bestellt. Und er hat dann unauffällig aus dem Beutel Scheiße rausgeholt und da reingemacht. Was ist das? Sollte er auf die Bedienung her und sagten so, ja, kannst du mir sagen, was das ist, das riecht ganz komisch. Ja, das ist die Suppe, ist die Suppe, keine Ahnung. Dann kommt sogar der Koch und sagst so, ja, das sind Bohnen. Echt jetzt? Und er so, sind sie sicher, riechen sie doch mal. Und so hat er das Regen gehalten. So, ich bin so schade. Obvious Lewis macht Scheiße. Ah, herrlich. What the fuck? Ich weiß aber nicht mehr, wie es ausgeht. Ähm, wer ist noch nicht pennen? Ich. Dann geh mal bitte pennen. Er hat noch so schön Müll geangelt. Nice. Dann kann ich nochmal einen Baum fällen, glaube ich. Ey, ho. Janus pennt jetzt hin. Na gut. Raoul, warum bist du so ungeduldig? Ne, ich wollte noch meine Energy nutzen, aber na gut. Ich hab auch noch richtig viel Energy, aber... Ich beiebe mich schon mit dem Trinken. Waaah. Ja, dachte ich auch gerade. Also ich trinke gerade wirklich Energy. Also ja, ich hab gerade Kaffee getrunken. Oh, Raoul. Ja. Ja. Hast du mich nicht gemerkt? What? Bemerkt? Ne. Ui, ernten. Geil. Perfekt, was denn? Right? Melons? Komadoes und Pepperonis. Nice. Pepperonis und Käffchen auch wieder. Ach, Käffchen. Boah, Alter. Alter, als Weide. Noch ein Käffchen? So. Immer Käffchen als Käffchen. Ja, weiß ich nicht. Wir wollten, glaube ich, Kaffee nicht noch mehr einpflanzen, oder? Oh. Weil wir schon so viel haben. Oder was meinst du, Raymond? Ähm. Oh, weiß ich nicht. Ach, komm, ich mach den Rest nochmal und dann hören wir ab jetzt auf. Wir haben auch letztes Mal nämlich schon so viel gehabt. Äppen kann man nie genug haben, nicht. Das stimmt wohl. Vor allem kann man die auch nur im Frühling und Sommer anbauen. Das heißt, was wir jetzt einen Kaffee sammeln, brauchen wir auch für Herzen im Winter. Mhm. Perfekt. Boah, Alter, ist das viel zu gießen. Mhm. Liegt noch der gute Weiß? Und die ist unübersichtlich auch. Ja. Ja. Sind die Pflanzen hier unten vertrocknet, oder müssen die so? Nee, die sehen so aus. Okay. Das sind diese Wildblumen. Die müssen so. Ja. Die sind so hässlich. Ja. Die Armen. Der muss trocknen. Jus. Ist das Jonas, oder? Wer muss stehen? Wie wäre Jus? Wie wäre Jus? Es wäre ja dumm, dass jemand denkt, ich könnte es mir nicht leisten, die FDP zu wählen. Ja. 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 Habt ihr auch gerade so viel Spaß wie ich? I doubt it. Kennt ihr den? Nee. Das ist richtiges Meme geworden. So ein Typ, was war das, auf dem Snowboard oder so? Oder auf Skiern? Und dann so macht er halt so ein Video, so ein Vlog halt und so übelst überheblich halt. Deswegen ist es so übelst das Meme geworden. Du musst einfach nur eingeben, I doubt it. Da kommt das direkt. Er war da beim Skitfahren, oder nicht? Ja, irgendwie sowas, genau. So ein Schnösel halt. Hä? Ich hab Emigil, ich hab Herzen mit Emigil verloren. Hä? Oh mein Gott. Hat das Event die Herzen geschluckt. Echt jetzt? Warte mal was. Ja, ich auch. Jo, auch auf den no. Er lierlichen Sharon. Oh. Ich dachte, das wäre anonym. Dachte ich auch. Wir sind sowas von am Arrrr. Okay, also nächstes Mal darauf achten, dass wir die Party nicht crashen. Aber ich lieb es, Partys zu crashen. Ich nehme mir doch nicht meine letzte Leidenschaft. Ich hab doch sonst nichts. Leidenschaft. Ey, vier rote Schleime töten. Dafür gibt es 500 Gs. GG. Ja, dann sollten wir das machen, oder? Jo. Geil. Oh shit, dass es das Herz weg ist, ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich, ja. Unten hab ich schon gegossen. Also wir sind fertig. Oh, geil. Ich schmeiß mal sogar selber mein Stuff hier in die lila Kiste. Und sortier das später. Und ähm... Ich hol außerdem ein... Stone? Oder hab ich bei ihr schon Geschenke? Hab ich schon. Ich muss aber mit Maru schnacken. Um das wieder gut zu machen. Schnell! Wo ist sie denn? Wir haben Friday. Und wir haben vier Uhr. Dann ist sie im Labor. Und dann sind die ja sonst wo, ne? Am Freitag. Oh shit, Alter. Das ist natürlich jetzt echt ärgerlich. Das wusste ich nicht, Leute. Ja, alles gut. Now we know better. Scheiße, das tut mir echt leid. Nee, das wusste ich nicht. Aber es tut mir auch echt nicht leid. Das tut mir gar kein Stück leid. Ich bereue gar nichts. Das haben die Sagen. Die Welt die Bewohner hat immer für mich getan. Oh shit, Alter. Der bin nicht gehuldigt. Wenn du dich mit meinem Papa anlegen willst, das ist falsch geschrieben, dann gib ihm Stein. Er findet das Zeug echt furchtbar. Vielleicht ist er allergisch dagegen. Allergisch gegen Stein? Ich glaube, die Frau hat keine Ahnung, was Energien sind. Ich habe eine Weintraube gefunden. Brauchen wir die? Bestimmt, oder? Das ist, äh... Nee, das ist das Sammelbündel für... Sommer haben wir schon abgeschlossen. Okay. Ich kann ja mal gucken, was es hier so... für Veränderungen gibt. Ist schon irgendwas fertig? Nee, ne? Doch, der Boilerraum. Deswegen haben wir ja die Minen-Karts. Ach ja, genau. Den Boilerraum können ich jetzt mal anschauen. Und ins Museum kann ich auch gleich mal gehen und die neuen Sachen abholen. Ach, da muss ich auch noch mal hin. Hier ist jetzt alles sauber und aufgeräumt. Repariert. Und dadurch, dass wir das hier freigestellt haben, haben wir jetzt den Minen-Karren. Was natürlich sehr praktisch ist. Und dann gehe ich noch mal ins Museum. Nackt ins Museum, oder? Nackt im Museum, oder nachts im Museum? Beides. Ja. Nachts nackt. So, hier rüber. Und hier runder. Und hier haben wir die Schmiede. Ach hier. Immer ordentlich zu schmiedeln. Oh, Eis gibt plus 100 Energie. Ja, moin. Das ist ordentlich. So. Die Frage ist jetzt. Hättest du irgendwas, das du dem Museum spenden kannst? Mach dich besser mal auf die Schatzsuche, was? Ich glaube, der will ja noch auf den Kopf. Hä? Haben wir noch nichts freigeschaltet neu? Hm. Das ist ja mager. Hätt mein Fett ja jetzt abgegeben. Ich hab nicht mal ein Danke gekriegt. Ja. Ist einfach selbstverständlich. Ich will was haben. Oh, diese Actionfigur hier, was soll das? Geil aus, die Dinger. Vor allem des Obens, Patrick Star. Haha, ständig. Hahaha. Hahaha. So. Perfekt. Okay, was machen wir? Wo sind denn die ganzen, die ganzen, ah da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, okay. Gut. Raymond, du suchst schon täglich, ähm, Hartholz, ne? Ja. Ja, gestern zum Beispiel so nicht, ne? Halt, wenn es irgendwie, aber sonst eigentlich, ja. Okay, top. Ja, wollen wir ein bisschen angeln gehen, Janice? Ja, können wir. Im Waldsee? Mein Schwarm ist auch die ganze Zeit in ihrem Haus und da kann ich nicht mehr rein. Ja. Hä, ne, die ist nicht in ihrem Haus, die ist gerade nach oben gegangen. Echt jetzt? Ja. Genau, genau mir vorbei und ich hab's nicht gesehen. Ja, die ist tatsächlich, hast du sie, glaube ich, gerade genau verpasst. Junge, was ist das denn für ein krankes Gericht? Aber wo ist sie? Alter. Weiß ich nicht, im Laden vielleicht? Ach hier, in dem Saloon, da treffen sich, glaube ich, alle. Ja, die ist hier. Friday ist doch. Wenn du und Maru Freunde werden, bin ich mir sicher, dass sie dir das Telekop hinten zeigen wird. Ist das vielleicht irgendein Synonym, oder? Eieieieiei. Ich kann nichts mehr schenken wegen Woche und... Oh, ganz genau hin. Aber mit dir reden. Rechtsklick einfach, ne? Äh, stimmt. Wenn du auf das Herz gehst, dann siehst du auch, dass da diese Sprechblase ist. Da muss auch ein Kreuz sein. Ja, Moment. Ja, hab ich jetzt. Und nochmal vielleicht? Kannst du nur mit dir zweimal reden vielleicht? Ne, kann ich nicht. Gut. Alles klar. Ne, möchte ich nicht. Einmal sprechen reicht. Genug ausgetauscht für euch. Jetzt reicht's. Du, ich kann nicht mehr. Bin so voll. So, gehen wir in den Wald. Links, ne? Hm. On my way. Maricu. Oh, hier ist das Zeugs. Piddleheadpern. Diese schönen lila Boots auch. Ja? Voll der Snoop Dog. D-A-W-G. Hey, Dog. Snoop. U-U-U-U-U-U-U-U-U. Seltene Saat. Ja, seltene Saat sehe ich auch gerade. Braucht die gesamte Jahreszeit, um zu wachsen. Okay. Prismatische Scherbe und Iridium-Barren für einen Heiratsring. Aber der ist für Spieler. Na, okay. Okay, schnell noch ein bisschen... Angle. Angling. Wollen wir lieber in den anderen See gehen, oder weil... Ist ja viel zu schnell gegangen. Jetzt wird's wirklich ein bisschen knabisch. Hier, man... Wir können's immer noch porten. Jetzt wird's wirklich ein bisschen bladisch. Wasted tree lines. Wasted tree lines, oder? Wenn wir diese gleichen Assoziationen sofort aussprechen. Warum musst du dich jetzt nachfragen? Ja, oder... Oder wat, oder wat? Juhu, Karpfen. Na toll. Was ist mit Karpfen los, oder? Was ist denn mit Karpfen los? Na komm schon. Ich will wenigstens noch einen Fisch holen. Das ist ein Karpfen aus dem Leben. Geschenk! Hä? Ich hab ein Geschenk rausgefischt. Das hab ich auch noch nie gesehen. Wandpflanzenkorb. Uuuu. Deko. Ja, nice. Dekodierer. Noch ein Geschenk! Hä? Das gibt's doch gar nicht. Lege die Leck. Noch mal Wandpflanzenkorb. Bei mir ist gerade eingefroren. Das muss so. Das gehört zum Game. Hä? Was geht denn jetzt ab? Das ist ein Feature. Das ist kein Leck. Ah, mach schon. Hä? 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 Der Scheiß. Hä? Hä? Der baut so'n Scheiß ein. Hä? Hä? Und noch ein Geschenkwandspaß. Karpfen? Das wäre so geil. Aber hier gibt's ja nur Karpfen, oder was? Ein Waldspringer. Ja, eben Waldspringer und Karpfen. Weil ich glaube, ich glaube, ich habe es in den Weg. Ich glaube, ja. Aber auch einfacher als andere. Sollte auch ein Waldspringer sein. Sollte auch ein Waldspringer sein. Perfekt sogar. Aber ein Karpfen. Na gut. Und... Und... ... ... ... ...